Das Ibis-Budget Hotel Melbourne CBDX Formule 1 liegt in Melbourne in Victoria. Das Ibis-Budget Hotel Melbourne CBDX Formule 1 ist beliebt unter den Gästen. 83% empfehlen das Hotel weiter. 7 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur 7 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,6 von 6 Sonnen. Service 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,2 von 6 Sonnen bedanken. Gastronomie Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,4 von 6 Sonnen hat es gereicht. Zimmer Akzeptable 3,3 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.